So Freunde, einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer Folge GANIKUS Quick News. Gibt es noch nicht das Format, weiß ich selbst, aber aktuell drückt der Schuh in Sachen Zeit und deshalb dachte ich, bevor gar nichts kommt, machen wir hier mal direkt ein einzelnes Thema ready. Nicht vergessen, Like und Abo dalassen, kommentieren für ein Algo und über eine aktivierte Glocke freuen wir uns natürlich auch. Supporten könnt ihr den Content wie immer mit dem Code NEWS im GANIKUS Shop. Worum geht es heute? Tatsächlich um ein brisantes Thema, denn Jeff Nippert, seines Zeichens Natural Bodybuilder und Science YouTuber, hat von Drakes Ex-Bodyguard namens Mike Van Vick auf die Mütze bekommen. Da ihr gleich wisst, wovon ich spreche, blenden wir euch an der Stelle mal den Clip ein, dass wir auch alle auf demselben Kenntnisstand sind. Das Video mag jetzt ein bisschen random und aus dem Kontext gezogen aussehen. Ist es auch, zumindest ein bisschen, aber wenn man sich die Story dahinter anschaut, war es wohl wirklich gar nicht so spektakulär, als dass sowas am Ende hätte passieren müssen. Chronologisch angefangen hat das Ganze damit, dass Mike Van Vick ein Reel gepostet hatte, in dem er die Frage in den Raum wirft, warum die ganzen Science Guys denn nicht gut aussehen würden, wenn sie angeblich so viel Ahnung haben. Das kann man fragen, definitiv, aber in Bezug auf Jeff Nippert ist es halt so, dass er einfach keinen Stoff nimmt, plus meiner Meinung nach dafür trotzdem auch sehr, sehr gut aussieht. Man kann auch im Jahr 2024 noch keinen Naturalathleten mit einem Nicht-Naturalathleten vergleichen, wenn beide auf Top-Niveau sind. Egal. Jeff Nippert selbst hat das Reel aufgegriffen und kommentiert. Alles super freundlich und gelassen. Einfach kurz erklärt, was er so erreicht hat und dass wissenschaftliche Fakten eben wissenschaftliche Fakten sind und auch bleiben. Egal, von wem sie kommen. Wir haben inzwischen mehrere Statements. Eins von Jeff Nippert, eins vom Jim, in dem der Vorfall stattgefunden hat. Und ein Statement in Anführungszeichen von Mike Van Vick. Am besten eignet sich erstmal der Post von Jeff Nippert, um etwas mehr über die Hintergründe zu erfahren, wie es überhaupt zu dieser physischen Auseinandersetzung kommen konnte. Anscheinend war Jeff gerade im Gym und hat ein Video für YouTube gefilmt. Da kam dann wohl Mike vorbei und hat sozusagen Hallo gesagt, woraufhin Jeff gegrinst haben soll. Alles laut Aussage von Jeff. Das hat wiederum Mike etwas ernster genommen und festgehalten, dass die Dinge wohl sehr lustig werden würden mittlerweile. Auf die Frage von Jeff, was er damit meinen würde, hat Mike dann nur geantwortet, dass Jeff die Kamera ausmachen soll. Darauf gefolgt ist wiederum das Video, was wir am Anfang eingeblendet haben, sprich der Angriff auf Jeff. Mike hat dann offenbar noch gesagt, dass Jeff nie wieder über ihn reden soll. Es gab außerdem einen weiteren Griff zum Hals und auch der Kameramann hat laut Jeff was abbekommen. Vom ganzen Vorfall soll es zudem auch Videoaufnahmen von der Überwachungskamera im Gym geben. Sprich, Jeff hat sich das demzufolge nicht ausgedacht, was auch von Personen bestätigt wurde, die vor Ort waren und auch gesehen haben, was auf den Überwachungsvideos zu sehen ist. Ich habe das ja schon in der Vergangenheit gesagt, dass es Leute gibt, die eben anders in Streitereien reagieren, als es vielleicht sonst so der Fall ist. Ich habe auch gesagt, gerade in Bezug auf die Sache zwischen Max und Erdem, dass es irgendwann halt mal kracht, wenn man zu lange am Ohrfeigenbaum schüttelt. Aber in dem Fall muss ich halt echt sagen, dass es für mich nicht so rüberkommt, als wäre Jeff auch nur in der Nähe vom Ohrfeigenbaum gestanden, geschweige denn, dass er dran gerüttelt hat. Auf jeden Fall war Jeff in der Zwischenzeit im Krankenhaus und beim CT passiert ist demnach nichts. Also alles unauffällig. Hätte ich jetzt dem Clip zufolge auch nicht anders erwartet, auch wenn man natürlich ganz klar festhalten muss, dass durchaus Schlimmeres hätte passieren können. Da stehen ja auch Geräte rum mit spitzen Kanten und wenn man da falsch fällt, kann sowas auch mal in die Hose gehen. Noch dazu gibt es eben absolut keinen Grund, wegen so einem Austausch handgreiflich zu werden, zumal Mike ja derjenige war, der als erstes in Richtung der Science Bubble geschossen hat. Zum Statement von Jeff haben wir frisch auch ein Statement von Pure Muscle Plus Fitness. Das ist sozusagen der Austragungsort der Auseinandersetzung, also das Fitnessstudio. Da werden keine Namen genannt, aber man erkennt die Sachlage sofort wieder und gesprochen wird quasi von einer Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Gewalt und Schikane. Daraus resultiert ist ein Hausverbot für Mike Van Vick mit allem drum und dran. Darüber hinaus wird die Angelegenheit auch polizeilich verfolgt. Videoaufnahmen veröffentlicht wurden keine, wobei ich auch nicht weiß, ob das überhaupt juristisch möglich ist in Kanada. Dort hat sich der Vorfall ereignet. Wem Mike Van Vick kein Begriff ist, kurz noch ein paar Infos. Er ist, wie angesprochen, der ehemalige Bodyguard von Drake und findet auch regelmäßig im Podcast von Fuad Abiyat statt. Was wahrscheinlich daran begründet ist, dass er selbst auch Bodybuilder ist bzw. Bodybuilder war und sogar eine Pro-Card vorweisen kann, was ich bisher jetzt auch nicht gewusst habe. Den Infos im Internet zufolge ist er Mitte 40. Sieht zwar aus wie Mitte 50, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Sein Statement bisher zum Zeitpunkt der Aufnahme am späten Dienstagabend, Statement auch weiterhin in Anführungszeichen, beschränkt sich darauf, solidarisierende Posts von anderen in seiner Story zu teilen. Es gibt selbstverständlich immer zwei Seiten der Medaille, aber was anderes als eine Entschuldigung würde mir trotzdem erstmal nicht als nächste Konsequenz einfallen. Aber ich wäre jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass man grundlos auf jemanden losgeht. Trotz dieses sinnlosen Vorfalls fand ich das Statement von Fuad Abiyat sehr gut. Der ist ja scheinbar gut befreundet mit Mike und das ist so das, was man von einem Freund in der Situation erwartet. Klar, Mike hat komplett reingeschissen, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber jetzt von Fuad zu erwarten, dass er seinen Freund cancelt, ist halt auch eine zu viel des Guten, weil genau das macht er nicht und genau das würde ich selbst bei so einer Scheißaktion von einem meiner Freunde auch erwarten. Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. War das notwendig? War das legitim? Haben wir irgendwas übersehen, was die Sache gerechtfertigt zu so einer Eskalation gebracht hat? Und selbst wenn, ist das eine angemessene Reaktion eines erwachsenen Mannes. Mich interessiert, wie ihr darüber denkt, deshalb sagt es mir. Manche würden behaupten, das ist halt der Stoff, der einen so macht. Aber ich bin der Ansicht, dass Stoff dich nicht zum Penner macht, wenn du nicht schon vorher einer bist. Wie gesagt, unterstützen könnt ihr den Content mit dem Code NEWS im GANIKUS Shop. Damit gibt es immer den besten Preis. Link ist in der Beschreibung. Aktuell neu reingekommen sind Rice Meal und Cluster Dextrin und auch 500 Gramm Aminodosen mit Citrullin und Arginin. Alles zum super Preis. Gönnt euch reichlich und in diesem Sinne war es das mit dem heutigen Video.